hallo meine lieben raddruckfreunde also ich würde sagen mein erstes testdruck mit paddinax ist doch mal gelungen es ist ja gut geworden die hände ballerina hier sieht man natürlich schon jetzt dass wir wenn man zu schnell drückt leichte schwimmen reinkriegt aber so schöne ergebnisse in dieser höhe hatte ich bislang noch nicht also paddinax spiel einstellen also hier wirklich spielfrei also dass der ganze arm hier ist fest egal welche höhe da hat man kein spiel mehr das war vorher keine so farbe konnte mich solche solche hände niemals machen schönes abgeht also paddinax test bestanden ich würde sagen artillerie ich wieder im rennen bis zum nächsten mal